So, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder wie auch immer. Ja, ich bin jetzt mit dem iPhone 6, bin ich jetzt mal, weil das iPhone XS Max werde ich mal aufladen. Ich habe das Schuhmotiv dran, damit der Ton etwas besser ist. Kann sein, dass es ab und zu mal ein bisschen verzerrt, aber ich will das Schuh in vollem Umfang nutzen. Ich habe es aber auf Mono gestellt, denn hier in Facebook ist Mono und deswegen habe ich mir gedacht, so, diesmal mit diesem iPhone hier. Jetzt habe ich die vordere Kamera gewählt. Ja, und jetzt werde ich mir einen Kaffee machen. Live, in Gruppe teilen, Freunde markieren, Taste. In Gruppe teilen, Taste. Formate, Taste, Kommentarbereich. In Gruppe teilen, Taste. Also ihr könnt wieder dazukommen. Formate, Kommentarbereich. In Gruppe teilen, Taste. Natürlich wird das iPhone nicht ganz so durchhalten. Ich muss es aus der Hülle rausnehmen, weil sonst das Schuhmotiv nicht dran passt. Ja, genau. So, so zeigt das Mikrofon auf mich. Dann versteht man mich auch besser. Jetzt kann ich natürlich das Mikro auch biegen. Das bedeutet, ich kann jetzt praktisch das Handy so halten. Und gleichzeitig ins Mikro sprechen. Seht ihr? Ja. Gut. Nebenbei mache ich mir einen Kaffee. Dann habt ihr mal ein Video mit dem iPhone. 6. So. Dann lege ich das mal hier hin. Okay. So. Gut. Dann mache ich mir mal einen Kaffee. Das ist ein Kaffee. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. So. ï S personal F例えば. audhmans So, einen Kaffee im Moment, 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 So. 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 Oh, wurscht. Muss nicht sein. So. Gut. So, Leute. So, dann werden wir mal rühren und abtrinken. Okay, ich bringe die Hübschmuppe. Soll ich das weg. Vielen Dank. So, da bin ich wieder. So, dann hätten wir das jetzt mit dem Kaffee. Okay, ich lege das iPhone jetzt mal hier hin. Ja, ihr seht also auch das iPhone 6. Die ist noch verwendbar, zumindest für sowas. Allerdings wird das jetzt ganz schön auf den Akku gehen, aber macht ja nichts. So, na dann, Prost. Auf den schönen Morgen. So, na dann, Prost. Ja, die Katzen sind auch schon sehr aktiv, wie ihr merkt. Und ich bin es auch. Ja. Lass mal die Geräusche einfach mal auf uns ein bisschen wirken. Und ich bin es auch. 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 Na, da kommst du ja, Katze. Komm her. Na, Klecki, hast du wieder gemacht. Ich bin es auch. 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 Ich bin es auch.